Der wird hier, hier, hier... Na. Und so laufen. Einer... Ach, verdammt. Gag. So, so müsste es gehen. Ähm. Das ist natürlich auch übel, ne? Das ist alles total dreckig hier. Naja. Ich wäre auch unzufrieden. So, ich mach mal schneller. Dann passiert das hier alles ein bisschen zu Giga. So, die Kabel hier hatte ich gezogen. Aber noch nicht verbunden mit dem tatsächlichen Stromnetz. So. Da oben wird fleißig gefällt. Ich weiß gar nicht, gibt uns das viel Geld? Hm. Überlege gerade, kann man die auch einzeln? Nein. Man kann sie nur als Leiste ziehen. Okay. Schade. Aber wir können ja schon mal die Einrichtungen und die Räume und so machen. So, Zelle. So. Und... Oh. Wird der totgebissen? Tim Bordscher-Ding. Das gilt doch jetzt garantiert wieder als... Äh. Moment. Da. Jo. Zwischenfall. Jetzt liegt die Leiche auch da schön rum. Ich weiß es nicht. Da kann doch gar kein Tunnel sein, oder? Oder müssen wir wieder eine Razzia machen? Oh. Ups. Jetzt hab ich drauf gedrückt. Ähm. Objekte. So. Zellen haben wir zugewiesen. Jetzt müssen dann... Die... Die... Die Betten sind nur für Sammelzellen, ne? Glaube ich. Hab ich das letzte Mal schon mal rausgefunden? Oder... Ist mir das letzte Mal schon klar geworden? Ich weiß es nicht mehr. Oh. So. Ähm. Ich weiß gar nicht. Hab ich jetzt gespoilert eigentlich? Ja, ich hab gespoilert. Ähm. Gut. In der letzten Folge hab ich gespoilert ungefähr. Äh. Nächste Woche kommt Minecraft raus. Beziehungsweise diese Woche... Gestern. Müsste das dann gewesen sein. Straft mich Lügen. Verprügelt mich, wenn... Wenn das nicht ganz gestimmt hat. Aber... Es müsste jetzt... Um diese Zeit rum, die jetzt gerade ist, quasi... Müsste Minecraft rausgekommen sein. Space Horse. Es hat alles geklappt. Entgegen... Äh. Anfänglicher Probleme. Muss mal genau gucken, wie ich das... Zusammenschnipsel in das für Längen und so weiter. Die ersten drei Folgen sind zehn Minuten lang. Und dann mal gucken. Je nachdem, wie gut ich zum Aufnehmen komme. Im Moment bin ich ja... Hart an der Vorbereitung. Ich möchte heute zwei Stunden aufnehmen. Und nach Möglichkeit dann morgen früh nochmal zwei Stunden. Das bedeutet Mittagsschläfchen für mich. Weil ich möchte ja von meinem Wochenende auch ein bisschen was haben. Und ein bisschen einfach nur... Tiefenentspannt irgendwo rumliegen. Daher... Muss das ab und zu mal sein. So. Wir durchsuchen noch. Und es ist tief in der Nacht. Die Räume sind dann hoffentlich bald fertig. So. Durchsuchung abgeschlossen. Alles ist gut. Keine Warnung. Nichts. Sehr schön. Okay. Wir machen auch relativ gut Geld. Ähm... Trotz Tage ohne Zwischenfälle 0,5. Das ist gut. Dann werden wir auf jeden Fall nach und nach gutes Geld verdienen, um weiterzubauen. Der Zaun wird auch gerade angefangen, wie ich sehe. Hier von unseren... Läutchen. Dann können wir den abreißen und die Bibliothek in Angriff nehmen. Ähm... Und es gab ja auch noch andere Dinge. Einen Laden beispielsweise. Vielleicht sollte man den Laden aber irgendwo anders hinsetzen. So mehr in die Mitte. Mehr zentral, oder? Ist jetzt die Frage. Ich kenne mich mit den Läden ja noch nicht aus. Man könnte natürlich auch hier noch was hinsetzen. Und nicht alles nach da. Da könnte man dann andere Zellblöcke hinsetzen noch. Oh, schwierige Entscheidung. Ich weiß auch nicht, ob dieser Zaun noch nötig ist, weil... Die Tür hier ist eh nicht existent. Geht. Dann kommt das weg jetzt. Ähm... So. Zaun... Weg. So, genauso hier dieses Tor. Das ist eigentlich auch sinnfrei, weil... Es ist eh offen. So. Demontieren. Oh. Wir wurden benachrichtigt, dass eine Gefangene krank... Eine Gefangene? Krankheitssyptome aufhören. Es könnte es wert sein, die Gefangenen zu identifizieren und zu behandeln... Behandeln zu lassen, damit sich das Virus nicht verbreitet. Hä? Moment. Ähm... Wie... Wie mache ich denn das? Ähm... Moment. Da ist aber hier... Das ist natürlich super. Das ist wahrscheinlich hier unten irgendwo, da so, tiefer. Ähm... Wie mache ich denn das? Mit den Krankheitssymptomen. Muss ich mir die angucken alle, oder... Wie sehe ich das? Hö, was machst du denn da? Hä? Hä? Ach. Nee. Ehrlich? Oh. So. Mal einen auf die Radepartie gemacht. Äh... Haben wir etwa Überschuss an... An High-Quality-Gefangenen? Tatsache. Acht Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Haben sich so viele geprügelt. Ja, dann müssen wir neu bauen, ne? So, jetzt bin ich erstmal abgelenkt von der Aufgabe. Ah, nee. Moment. Ähm... Wenn ich jetzt... Nee, das Cloning-Tool hilft mir nicht, ne? Ich muss dann doch mal planen, glaube ich. So, das soll hier eine... Nö. Funktioniert das? Also hier können wir... Nein. Ah! So. Nimm, 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 nimm. So. So können wir das machen. Türöffnung nach... Dort. Und... Da können wir das... Auch so machen. Da brauchen wir nur einen Gang hier hinter. So, und Türöffnung nach... Dort. Reicht das dann mit den Duschen? Acht. Ich würde sagen, nicht... Ähm... Objekte... Zack, 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 zack. Bauen wir da noch ein paar Duschen hin. Und jetzt ist wieder die große Preisfrage. So geht das, ne? Dann reißt er die Wände nicht mit ein. Ja. Aber diese Wand muss natürlich eingerissen werden gleich. Reißen. Abreißen. Okay. Gut. Ähm... Gefangener krank. Wie seh' ich das? Da. Oh. 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 Und jetzt? Äh. Shit. Die sind alle krank. Ich kann die durchsuchen lassen, aber... Kann ich die... Okay, die werden alle krank. Die werden alle angesteckt jetzt, ne? Hm. Okay, der hatte jetzt sogar was. Das macht natürlich dann Sinn. Ich weiß es nicht. Hilft das? Die sind... Die sind alle krank hier. Ja, ich kann die auch nicht mehrfach selektieren. Die werden dann jetzt auch einfach gelassen, ne? Der ist krank, ja. Bestrafung. Hm. Äh. Ich krieg natürlich jetzt den ganzen Scheiß auch nicht weg, ne? Hier. Die To-Do-List. Um da mal unten zu gucken. Krankheitswelle. Äh. Insgesamt. Ja, die... Das steigt. Schön. Ähm. Haben wir Gefängnisproduktion, haben wir noch nichtmals angefangen, ne? Dann machen wir mal folgendes. Äh. Böp, 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 böp. Das suchte ich. So, ähm. Gefängnisproduktion raus. Ähm. Achso, da wurde mir jetzt auch nicht gesagt, was ich tun soll, ne? Ähm. Wie hilft das, wenn ich die jetzt einmal isoliere? 24 Stunden. Oh, ne, das ist falsch gewesen. Isolierung 24 Stunden. Isolierung 24 Stunden. Hmm. A. A. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020